So Freunde, willkommen zurück zu Bioshock. Äh, jo, das letzte Mal hat Adler seine Familie verloren. Blöde Sache. Er ist leider ein bisschen weit schief gelaufen. Aber wir sind jetzt hier in einem neuen Kapitel. Wir können mal gucken. Okay, zwei Linz. Das gibt es hier. Oh, dieser Typ, ne? Ich tröte ihn gleich einfach. Houdini-Splicer. Hello beautiful. Hello beautiful. So, reicht dann jetzt. Kann ich jetzt fotografieren? Nein. Er geht dabei, was ich nicht benutzen kann. Oh, ist das traurig einfach nur. Geh mir doch jetzt mal so eine blöde Station, wo ich mich kauf kann. Dann kann ich die in Bank. Da brauche ich nicht. Oh. Mh. 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 Hippocrat. Er ist Heuchler. Ja, ja, ja. Bring, bring. Oh Gott. Jetzt gibt er endlich auch noch so. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Was? Wir gehen jetzt hier ab, bitte. Oh, oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Ah, macht ja nichts. Der Sound, du Mann. Wow. Okay, warte mal, äh, da müssen wir, ja. Ach ne, da ist der Hutverlacht. Nein, wo bin ich? Fuck. Ne, war gar kein Schaden mehr. Tante Scheiße. Machen wir es halt so, ne? Oh Gott, eh. Da ich nicht genau weiß, wie es sich mit diesen Dingern verhält, werde ich mal gekonnt rum rumbauen, glaube ich. Äh. Genau, ich brauche ich. Und noch mal einen geraden. Langsam das Wasser aber auch fließt, ne? Brrrr. Brrrr. Hallo Turret. Hier. Be with me, wollte ich grad sagen. Aua. Da hab ich noch nicht einfach das Eidach bekommen. Diese Sache. Äh. 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 Hä? Hä? Wie komm ich hier raus? Hä? Moment, wo bin... Wo genau bin ich hier gerade? Bin ich... Ach so. Da geht das lang. Mein Gott. Hab ich echt nicht gesehen. Äh. Jetzt bin ich hier, wie die ganz unten hier war. Boah. Die Tür sind wir nicht gegangen, glaube ich. Den gehe ich da jetzt mal durch. Wow. Das war sowas von sonderes. Das war wieder hoch, bitte. Gelootet. Meine Gaten. Kann nicht sein. So. Sag mal wie ein Hut. Ich darf hier kein Hut looten, so. Hut looten. Hut looten. Schönes Wort irgendwie so. Wenn man das sagt. Äh. War das grad? Was auch immer ich daran mitgenommen hab. Zeug. In erster Linie. Äh. So. Warte mal. Hier war doch gerade irgendwo ein Automat oder nicht? Ja. Genau. Moin. Ich kaufe jetzt auch einfach auf vollen Preis hier. Oh. Oh. Pfff. Äh. Oh. Napalm. Habe ich schon mal. Hack only. Electric Bug. Ja. Aha. Hack only. Na gut. Dann. Online. Ah. Ah. Da war ich grad so was von überfordert. Wie man vielleicht gemerkt hat. Häuh. 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 Äah. Häuh. Blablabla. Mal den rein. Dann den. Und dann. Wie auch nicht so genau. Und dann bitte den da unten, genau. Nee, aber ein bisschen Themen kaufen, ne? Kann ja nicht schaden. Mein Gott, kommt ihr denn alle her? War vorher noch nicht da. Antoine, gute Arbeit geleistet. Bin stolz auf ihn. Es. Oh. Oh. Was ist das? Oh. Oh oh. Warte mal. Lauf mal, gib mir der Vorderkern hier rein. Das wär super. Ich hack mal in der Zeit, ne? Ja, hm. Danke, Spiel, dass du mir wieder nicht den richtigen gibst. Du Arschloch. Ah, fucking. Ah. Aua. Hab ich Schaden bekommen, ne? Aber ärgerlich. Ah, fucking. Ja, jetzt werden wir mal sehen, was da passiert. Wenn du da... Wo ist meine... What the fuck? Nee, da passiert irgendwas Blödes bei. Ah. Okay, das passiert dabei. Gut zu wissen. Verwandte. Scheiße. Ja. Ey, das Spiel ist so gemein, ne? What the fuck? Oh. Okay. War gar nicht schlecht. Haben mir gefallen. Ja, hm hm. Ey, Spiel, du bist so ein Arschloch gerade. Weißt du das? Wie du bei Permanent aber die falschen Sachen gibst hier, die ich nicht brauchen kann. Was brauchen wir noch einen? Äh, genau den da brauche ich. Äh. Ist ja stressig, ey. Wow, du bist so ne Scheiße hier, die ich nicht mehr brauche. Hier liegt ne tote Katze. Wir sollten mal hier reinlaufen, wenn, äh, das sehen lustige Sachen vielleicht. Bam, bam, boah. Hm. Oh, ich muss nochmal entlaufen, oder? Jetzt kann ich mich doch wieder heilen. Ich hab ja ne neun Stück. Äh. La 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 la. Ja, ja, so macht Biotop Spaß, nicht wahr? Das war halt, wie sie damals der Punkt, der mich ein bisschen... Uppfrieren, ja. Damals man noch ein bisschen aufgeregt hat. Jetzt fotografieren. Yeah, heh heh heh. Okay, wenn jemand tot ist, kann man ihn nur einmal benutzen. Das klingt jetzt falsch. Probier, was ich damit sagen würde. Kann aber noch nicht mitnehmen. Schaade. Brrrr. Gönnen, ne? Bam, bam, bam. Schon tot. Toll, da wäre mein ganzes Geld wieder drin, oder was? Weil mir das auch nicht vorgestellt. Uff, 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 uff. Wo genau bin ich hier unten eigentlich? Ich glaube, hier will ich gar nicht lang, oder? Wo wurde ich denn überrascht? Irgendwo hier, glaube ich. Ah, okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ne. Wenn du die auf einmal nicht mehr mitnehmen kannst. Okay. Das ist gefährlich. Kann ich hier rüber? Oh ja, cool. Okay. Kann sein, wenn ich hier reinlaufe, dann tut es wahrscheinlich ein bisschen weh. Ach stimmt, man konnte aber, glaube ich, hier mit... Warte mal, ich erinnere mich. Mit... Not, glaube ich. Die Dinger? Genau, kann man die aber rausziehen. Stark für alles entsetzen. Cool. Falsche Seite. Hey, 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 hey. Ist das nicht cool, Freunde? Wenn das nicht... Das geilste Feature in dem Spiel ist, dann weiß ich auch nicht. Wo soll ich jetzt überhaupt langen spielen? Du verwirrst mich so ein bisschen gerade. Wenn ich nicht ganz ehrlich sein muss. Ne, weil da kam ich. Wurz mich da lang und dann nach unten. Okay, das macht irgendwo sogar Sinn. Ech. Erstmal aufregen. Das kann ich gut. Aufregen und dann nachdenken. Nein Sirk ist die Value! Zäh... Uh-oh. Hier oben ist es cool... Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Ding, was man schon gesehen hat. Ich raffe Dinger. So, an der Kamera ziehen. Einfach weil, warum nicht? Hier, den will ich erforschen. Was ist denn jetzt hier ein? You invent. Ja, stimmt. Hier kann man die Sachen erfinden. Hier darf ich auch nämlich die ganzen Materialien. Ich erinnere mich daran. Holen wir uns noch mal ein paar. Die ganze Zeit falsch tassen. Uff. Ehehehe. Okay, das war's schon. Aber ich stüpple ja nicht direkt, wenn man da in das Blitzding reinläuft, glaube ich. Naja, das macht ein Schaden. Dann kommt Aua, Aua, Aua. Ich kann es aber trotzdem reingehen in der Zeit. Gucken, wo ich hier rauskomme. Nee, hier muss ich sogar lang. Okay, nee, never mind. Dann, dann, dann will ich gerade nochmal wieder raus. Dann will ich doch mal raus und ein Ding erfinden, bitte. Lass mich mal schnell weiterfinden. You invent. Ja, komm, mach mal einfach direkt hier. Äh. Packen wir erstmal, würde ich sagen. Warum nicht? Ähm, what? Der Sound da macht mich ein bisschen busschig, um ehrlich zu sein. Try a few components. Ich glaube, es ist einfach ablenken. Okay, äh, oh. Exploding bug, antipersonal pistol rounds. Inventable item. Two rubberhose. Also hier, glaube ich, so Schläuche, ne? Zwei shellcasings und one steel screw. Aha. Also, babababab ist ja relativ einfach hier. Aber da fehlt überall noch. Warte, okay. Äh, exploding bug. Okay, das sind einfach nur, die München und Seiten, die wir schon haben, ne? Okay, das ist eigentlich mal ganz schick. Zack. Durchschnittliche Erfinder. Okay. Drrr. Danke auch, oder so. Dass ich nur durchschnittlich bin. War ich denn hier oben? Wo war ich denn hier oben überhaupt? Da liegen Spritzenrohme. Die kann ich eh nicht mehr nehmen gerade. Können wir nämlich einfach hier beholen. Schwupp. Ah ja, kein Platz. Äh, äh, äh. Ah, neu wieder. Oh, oh. Oh. Ich hab mich voll erschrocken. Tut mir leid, Kollege. Ich dachte, du wärst irgendwas fetteres anderes. Upp, upp. Fotograf ist ah, ich weiß, einfach nicht mehr weg, das Foto war, war. Oh. Ein drittes Foto will ich bitte auch noch. Ha. Aber falsch, Kollege. Ja. Jetzt kann ich deine... Andere fotografieren. Ah, Alter, wenn ich die besiegt hab. Oh, Lüge. Ich muss die Nation ausnutzen. Ich zieh, King. Ich zieh, King. Ich zieh, der, 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 der. Okay. Bam! Jetzt bin ich dran. Oh, shit. Oh, war damage, ne? Aua. Oh. Immer dieser kurze Leck, wenn man neu anfängt, ne? Boah, Alter. Kann auch, ob ich jetzt direkt Arbeit angerufen habe. War nicht sehr cool, geb ich zu. Electric Bug. Na komm, dann nehmen wir doch mal. Ja, eigentlich mal hier ein bisschen, ne? Oh, nein, ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Oh, ach so, stimmt. Ich habe es nicht einmal. So, Rescue. Nein! 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 Cool! Sie haben die kleinen Menschen geschaut, als Sie Ihre Kruelte gezeigt haben. Ich schreibe etwas auf Ihre Weg, um unsere Danken zu demonstrieren. Uh! Weg damit! Ach, guck mal, direkt hier merken! Na, das ist doch praktisch. Höh! Was ist so? Warte mal! Wollte ich ausnutzen. Schnell fotografieren! Da! Deine Pigs sind auch fehlen, ne? Willst du den ganzen Tag da rumstehen? 200 Atem! Safecracker! Einer der Hacksmarts! Mehr populärer Offerings! Safecracker lädt Sie in die Pläne, die Sie auswählen wollen. Wollte dich auszuhalten! Slice es jetzt und geh hacken! Okay, Speedhacker, Fokusthacker. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Ich weiß nicht, was das andere leider ist. Das ist immer blöd. So! Wir können eigentlich mal ein paar Slots holen, oder? Die Slots sind eigentlich immer am geilsten. Aber eigentlich auch... Wir werden irgendwie immer alles haben, ne? Ach, ist das schrecklich, Leute! Hmmmm... Also einmal auf jeden Fall da für den Slot. For the big tail to protect you for a brief time. Achso, ich kann auch andere auswählen jetzt. Haben wir den Nossel. Preachers hit by this will be attacked by cameras and turrets. Ach, nie, weil wir bei Eis wieder. Ja, ja, ok, ich kenne schon, Kollege. Second, you try to place in your new unlocked slot. Äh, difficulty when hacking turrets, but the camera, the duration of camera lamps have fewer overload tiles when hacking. Aha. Äh. Ja, hab ich immer nicht viel auswählen, ne? Das sind doch nur, äh. 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 Combat tonic slot. Health upgrade. Oh, ich will so viel haben, ne? Ich glaube, das schaffe ich eh nicht alle. Weil wir geben ja auch eine Erinnerung, ich glaube, wenn man wirklich alle Dinger bekommt. Das ist wohl möglich, aber dafür muss man alles perfekt machen. Aber ich krieg auf jeden Fall auch welche, wenn ich, äh, ist es physikal oder dings? Wenn man alle, äh, ein Slot maximiert. Du hast 8 Kits, also give you EVE. Du bekommst eine große Vielzahl von Snacks und Bandages. Ich kann nur die beiden, okay. Hey, warte, 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 jetzt hab ich ihn falsch gemacht. Nein! Jetzt hab ich noch einen dafür gekauft. Aber egal, komm. Ist auch egal. Äh, ähm, brrrr. Brauchen wir einen Health Upgrade? Das ist gar nicht so wichtig, finde ich. Sonic Boom. Manche, die sind auch echt billig, so 20er Dinger, ne? Reduces all physical damage, hatte ich damals, wie gesagt, glaube ich, immer drin. Können wir aber einfach ganz bis zum Schluss warten und dann den ganzen Rest kaufen, weil manche bekommt man ja auch noch so. Electroboat 2. Das ist ja noch ganz schick eigentlich. Brrrr, kann man so gerne Decoy aufstellen. Wie viele Slots hab ich jetzt? Könnt ihr das irgendwo nachgucken? I'm ready for dreamtime. Ich glaube nicht, ne? Brrrr. Mr. Bubbles. Tschüss. Na gut. Äh, was macht die Zeit eigentlich? Oh, die Folge ist gleich vorbei. Oh Gott, das wäre der nächste Automat. Ja, komm, dann gehe ich erst mal hier rein. Äh, 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 äh. Hier können wir uns den schon mal mitnehmen, ja. Äh, äh. okay ich würde sagen das war's damit war ich habe heute ich gucke noch mal ja ein kleiner raum jetzt geht es noch weiter und dadurch okay 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 da gehen wir jetzt mal rein wie wär's also viele bis zum nächsten mal hui hui tschüss